Stimmt es, dass wenn man hundertmal am Tag sagt, dass ihm hundert gute Taten geschrieben, hundert schlechte Taten weggestrichen werden und es ist so, als ob man zehn Sklaven freigelassen hätte? Richtig. Dann kommen noch zwei Punkte hinzu. Allah wird ihn vor dem Schaitan schützen. Allah wird ihn vor dem Schaitan schützen. Und niemand wird Yawmul Qiyama besser sein, außer einer, der mehr als ihm gesagt hat. Außer mehr der, als ihn gesagt hat. Wallahu ta'ala, A'la wa A'la.